In dem von mir betreuten Themenbereich geht es um Datenschutz und das Gegensatzpaar, das zur Umfrage stand, war, ist es Aufgabe des Staates, die Privatsphäre der Bürger zu schützen, oder ist es als andere Seite Aufgabe des Bürgers, seine Privatsphäre selbst zu schützen. In den Antworten, die die Tausenden von Umfrageteilnehmern hier gegeben haben, war sehr klar zu sehen, dass wahrscheinlich beides der sehr extremen Positionen, also der Bürger oder der Staat soll jeweils schützen, nicht ganz richtig ist oder nicht erwünscht ist, sondern dass es vielen Umfrageteilnehmern darum geht, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft, die es dem Bürger ermöglichen, eben seine Privatsphäre selbst zu schützen. Auf der anderen Seite gab es aber auch andere Positionen, die von dieser Hauptposition abgewichen haben, zum Beispiel, dass es Aufgabe des Staates sei, die Bürger zu befähigen, zum Beispiel Medienkompetenzmaßnahmen und Aufklärungsmaßnahmen in der Schule, seine Privatsphäre selbst zu schützen. Darüber hinaus der Staat aber keine rechtlichen Rahmenbedingungen zum Datenschutz schaffen muss. Und eine kleine Grantgruppe hat auch die Position vertreten, dass es eben allein Aufgabe des Bürgers sei, seine Privatsphäre zu schützen und einzig und allein er eben in der Rolle sei, seine informationelle Selbstbestimmung selbst auszuleben und entsprechend die Privatsphäre auch selbst zu verteidigen.